Ja, ist ja gut Alter, lass doch mal Nein, hab ich nicht ausgestalten Boah, leck mich, Alter Das ist so komisch, das zur Explosion zu bringen Diese Scheiße Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung Ne, 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 jetzt aber So Geht weg, scheiße Was ist denn das überhaupt, was schmeißt denn da So, das war's jetzt Gib sie jetzt auf Nur noch du und ich Fledermaus gegen Äh, ja Weichen, du musst auch ausweichen Komm her, Piguin Komm her Zack, 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 zack Wie er die Scheiße aus dem Winzling rausprügelt, das ist doch so heftig Das war's Kleiner Goblin Wo ist Kabelpott? Oh, sowas Wen haben wir denn da, Mr. Frey? Es reicht Freeze, es reicht Ja, natürlich Ja, natürlich Du wirst das, was du getan hast, bereuen Hast du gehört, Kabelpott? Das Heilmittel Freeze Es gibt keins Was? Lass es mich erklären Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil Irgendein verbessertes Enzym Ohne dass zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann Ich habe das da schon mal gesehen Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS So etwas dauert Jahrzehnte Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ras Al Ghul Bring ihn zu mir Ich brauche eine Blutprobe von ihm Es ist deine einzige Hoffnung Ras Al Ghul ist tot Dann sind der Clown und du Dem Untergang geweiht Nicht zwingend Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken Ketzer Du bist es nicht würdig, Ras Al Ghuls Namen auszusprechen Du bist ein Narr Batman Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen Nein, Vector Wenn Ras Al Ghul in Arkham ist Ob ich nun eine Spur, die zu ihm führt Das ist jetzt Unfassbar Jetzt kommt auch noch Ras Al Ghul hier ins Spiel Da kann ich nur sagen What the fuck Naja Also ganz ehrlich Wo sollen das enden? Das ist alles immer noch die Anfangsstunden Wo sollen das ganze enden hier? Wenn jetzt schon die Scheiße am Dampfen ist ohne Ende Nein, ich will das nicht Oder? Nein, will ich nicht So Ja, komm, das nehmen wir jetzt Heftig Ras Al Ghul hier ist auch noch Ras Al Ghul oder was Weiß ich, ist euch egal Oracle, neuer Plan Ich verfolge die League of Assassins Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde Geht's um Ras oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten Ich kenne das Zeichen Sie ist ein Mitglied von Thalias Elitewache Ich wusste es Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Thalia ist nicht das Ziel, Barbara Ich habe Frees unfertiges Heilmittel hochgeladen Ich glaube, die Antwort findet sich In Ras Al Ghuls Blut Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen Aber lass dich nicht ablenken Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen Ähm Bist du sicher, dass dieser Mann den fehlenden Bestandteil besorgen kann? Ich habe Ras Al Ghul schon oft getroffen Er behauptet, dass er über 600 Jahre alt ist Und ich glaube ihm Es muss ihn also irgendwas am Leben halten Hoffen wir, dass du recht hast, Batman Immerhin hängt dein Leben davon ab Okay, der will sich jetzt anscheinend nur revanchieren Ständig muss ich euch retten Ständig muss ich euch retten, ja Und, äh, ach, hör auf So Wo finde ich sie denn? Ähm, was? Wie ich sehe, haben sie eine Anfrage Zur League of Assassins in dem Bettcomputer eingespeist Oh, und weitere Ausrüstung angefordert Haben sie schon über einen größeren Gürtel nachgedacht? Hab ich Zu schwer Macht mich langsam Sag Bescheid, wenn's hier ist Okay, so, erstmal den Kann mich jemand hören? Komm Ich höre dich Hier herrscht völliges Chaos Der Boss ist weg Was? Wo ist Pinguin? Keine Ahnung Er sagte noch Batman kommt in meine Sammlung Dann war er plötzlich weg Zack Das geknallt wir nicht Glaubst du, dass er tot ist? Hat Batman ihn umgelegt? Warst du nochmal im Museum? Das Museum ist abgeriegelt Da haben jetzt diese Dreckspullen das Sagen Wir hätten sie abknallen sollen Und wie lautet der Plan? Versteck dich Wenn die Lukas Jung siehst Weg sie um Okay Ja, ich hab euren Boss ausgeschaltet Das wäre der erste auf meiner Liste Also ihr könnt aufhören zu kämpfen Ihr seid sowieso nur Söldner Also lasst es doch einfach Was soll denn das? Wollt ihr wirklich die Prügel jetzt wieder einstecken? Das Ding hier ziehe ich durch dein Gesicht Na komm, probier's Und zack, liegt sie unten Zack, liegt sie unten am Boden Und dein Kollege oben Und der nächste Und zack Und du Und zack Wo ist das Blut jetzt? Wo ist die Blutspur jetzt? Die geht aufs Dach Okay Dann gehe ich auch aufs Dach So, hier lang Ja, und jetzt Nein, nicht runter Nicht runter Darüber Wir müssen bereit sein, zurückzuschlagen Diesen Pillern zeigen, wer ihnen das Sagen hat Was haben diese Schwachköpfe nur? Wissen die nicht, dass das Pinguin-Gebiet ist? Vermutlich nicht Sie werden's bald wissen Sobald wir den Befehl kriegen, legen wir sie alle um Ich will Blut sehen Ich will, dass dieser Schizofreak Two-Face den Tag bereut, an dem er hergekommen ist Ja Später rücken wir in sein Gebiet vor Mal sehen, wie ihm das gefällt Ich bin bereit Wo geht denn die Schizspur jetzt denn? Ich versteh's nicht Pinguin hätte sich schon längst melden müssen Ich sag's dir Batman hat ihn erwischt Unmöglich Ja, wie zum Teufel hätte Batman denn in das Museum reinkommen sollen? Die ganze Hütte ist so zu wie meine Mutter beim Abschlussball Verdammt, was meinst du denn damit? Das willst du nicht wissen Will ich doch Ich auch Wir haben wichtigere Dinge zu tun Zum Beispiel sollten wir uns fragen, was wir machen, wenn Batman Pinguin erledigt hat Wir könnten dann vielleicht deine Mutter besuchen Du, wage es ja nicht Ich glaube, da haben wir einen wunden Punkt erwischt Was ist los? Ist deine Mami die Dorfmatratze? Nein Ich wette doch Wenn ihr es unbedingt wissen müsst Beim Abschlussball hat sie getrunken Vorsicht, Batman ist hier Ah, ich wollte euch Schleise ausschalten, Mann Du hast ein Messer, du Pussy Scheiße, Mann Zack, zack, zack Alter, frisst das So Na, den Konto hätte ich gut ansetzen können eigentlich Alter, das hat weh getan Aber wo zum Teufel ist die Spur jetzt? Okay, das wollte ich bestimmt jetzt überhaupt nicht Na komm, dann klatschen wir die auch schnell kaputt Bam Das wären zwei gewesen Ach so, ja, das Gel war das Genau Aber das will ich gar nicht gerade einsetzen Das war jetzt Eigentlich Zufall Ich weiß auch gar nicht Wo ich Bin ich jetzt hier richtig? Bewachen die das jetzt? Oder bewachen Wo ist die denn? Konter Yeah Scheiße, da wurde ich erwischt Alter, wie viel fressen die denn? Alter Kipp doch mal um jetzt Alter Einer K.O. erst Der zweite Der dritte Der vierte Der vierte Der fünfte Der fünfte Der sechste Der siebte Jetzt gehe K.O. Alter Wie viel fressen die denn? Special Einheit Ne, warte mal Die gehören zu Two-Face Sich jetzt erst Die Anzüge Die sind zweigeteilt Two-Face Endlich Boah Okay 460 EP Wo zum Teufel Müssen wir hinlang Das ist die Frage jetzt Nicht aus der Ansage auszubrechen Die Tiger Wachen Werden auf jeden Fluchtversuch Mit äußerster Härte reagieren Nee Da wollte ich bestimmt nicht hin Jetzt Hier unten war die letzte Spur Das wissen wir ja Hier unten war die letzte Spur Aber wo führt die nächste hin? Da ist sie Geht doch So weiter geht's Weiter 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 Schneller 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 Hat er mich entdeckt jetzt oder was? Nee Du bist einer alleine Okay da kommt der nächste Ja Zack Kopfnuss Weg vom Fenster Oh Gott Wie weit ist sie denn gelaufen? Das ist doch nicht mehr wahr Die Blutspur führt nicht weiter Ich kann die Attentäter nur finden Wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre Okay Oh nein Wer war das denn jetzt wieder? War das dieser Deadshot? Nee das war sie Ich muss nur finden Wenn ich am Ninja Einen Sender befestigt Ich muss möglichst nah ran Wie Wo bist du? Da Du entkommst mir nicht Schnell hinterher Batman Schnell Du musst schnell sein Batman Guck mal wie sie auf dich wartet Ist doch wunderschön So rüber hier Rüber Hoch Das ist schön Das ist schön Dass sie wartet Ah Tricky Batman einfach Batman-Style Du bist nur noch am Leben Weil der große Ras Al Ghul Es duldet Ruf ihn zurück Robin Die kann ich erledigen Lass es Was hast du denn schon Stammtort Ich brauchte deine Hilfe nicht Ach ja? Ich weiß nicht Für mich sah das schon etwas anders aus Ich hatte alles unter Kontrolle Wieso hat Orphard dich geschickt? Er hat sich Sorgen um dich gemacht Nimm das Und lass es analysieren Durchsuch danach Die Krankenhäuser und Notaufnahmen Jeder mit diesem Blut Wird innerhalb von 24 Stunden sterben Wessen Blut ist es? Oh Es ist deins, nicht wahr? Ich gehe in die Krankenhäuser Und kehre dann zurück Du brauchst meine Hilfe Ich komm schon klar Du wirst in Gotham gebraucht Es könnte schlimmer werden Viel schlimmer Meinst du? Wenn Strange wirklich deine Identität kennt Und sie allen verrät Was dann Wie willst du? Vertrau mir Ich finde eine Lösung Du weißt wo ich bin Wenn du Hilfe brauchst Ich weiß Jetzt geh Der Seilwerfer Ermöglichte es Sich schnell zwischen Zorozontalen Gelegenden Punkten zu bewegen Kann während der Bewegung Erneut eingesetzt werden Um die Richtung zu ändern Oder den Boden zu berühren Alles klar Korrekt Das heißt, dass Batman den Pinguin ausgescheitelt hat Glaubst du, dass das stimmt? Ich weiß nicht, aber ich habe auch Wenn Pinguin weg ist Sie ist zum Gegenschlag ansetzen Ich weiß es Angeblich hat sie ihn nur verletzt Er kommt wieder Niemand weiß wann Aber er kommt Ja Robin ist jetzt auch schon am Start Die Lesbo-Schwestern von Res Al Ghul haben uns gerade Ja Wollen uns ankacken Ja Aber da kam Robin Dazwischen Ja Hat das einfach so ver Eitelt Aber der Batman Der stolze Batman Braucht er natürlich Robin nicht Das ist doch klar Ich hoffe wir steuern den auch noch Muss ich ganz kurz anmerken Ich hoffe wir steuern den Ich weiß es auch nicht Ich höre jetzt aber auf Das war es Für diese Aufnahme Session Unfassbar geil Was wieder in dieser Stunde Die ich jetzt aufgenommen habe Abging Ich freue mich Ich freue mich wenn es weiter geht Allerdings muss ich jetzt auch langsam an eine Pause kommen Wie gesagt Ich schaue jetzt auf Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören Zuschauen Und ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch dabei Bis dann Leute Tschüss Und ich hoffe ich habe es Ich freue mich Ich freue mich